Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der ARG-Rechten. Heute ausnahmsweise für die letzten zwei Wochen, weil ja letzte Woche Sonntag Urlaub war. Also vom 8. bis 1 schließlich alles, was jetzt gerade passiert. Gucken wir uns an, was bei Wildcard los war, was bei Cursewatch so Neues gibt oder größere Updates hatte. Wobei ich das relativ kurz halten werde, es ist auch nicht so viel passiert. Und was bei den Modernen die letzten zwei Wochen so abging. Und da kamen die letzten Tage tatsächlich einiges. Wir starten rein, wenn euch das Format gefällt, wenn euch die Folge gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch wahnsinnig über einen Kommentar freuen, denn das pusht den Algorithmus leider deutlich mehr als alles andere. Und ich würde mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Ja, wir legen mal los. Wir gucken rein in den vorletzten Community Crunch, denn da wurde uns der Astreos-Trailer gedroppt. Und am 10. Oktober ist es soweit, da soll die Free-Version von Astreos dann rauskommen, an der eine Katos gerade arbeitet. Mit einer ziemlich großen Version der Region der Map. Ansonsten, ja, Live-OP-Updates und der Standard-Bullshit, der sonst immer kommt. Hier ein bisschen was zu Astreos gedroppt, aber ich meine, wir haben das wie lange jetzt verfolgt? Ich glaube, ich muss da nicht so viel sagen, ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Mod-Spotlight, das Größte davon, kennen wir alle schon. Ein paar Sachen werden wir gleich wiedersehen. Deshalb werde ich da nicht viel zu sagen. Ansonsten gibt es neue Server mit der Arc-Pocalypse-Server, die dann auch neue Mods drauf haben. Zum Beispiel den Gecko, den wir auch auf unserem Server haben. Oder No Untameables, ganz cool. Und ansonsten, ja, standardmäßig die Community Corner. Also da ist leider nicht so viel passiert, aber man, hm, Games ja. Deutlich interessanter ist der Community Crunch von dieser Woche. Der droppt uns nämlich das Release-Date von Extinction. Und das soll bereits am 16. Dezember sein, was, ähm, ja, definitiv später ist als die Original Roadmap. Die haben wir hier. Da wären wir jetzt eigentlich schon bei Ragnarok gewesen und, ähm, hätten nächsten Monat Extinction bekommen. Ja, ne? Also das zieht sich gerade nach hinten. Von Ragnarok haben die noch überhaupt gar nichts gesagt, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, finde ich aber okay, wenn sie sich da ein bisschen Zeit lassen, auch wenn es eigentlich eine sehr coole Map ist und die deutlich schöner ist als fucking Center. Ähm, ja. Aber wir hinken ein bisschen hinterher im Zeitplan. Also eigentlich wären wir hier bei Valko Ero, wir hätten schon drei andere Sachen bekommen jetzt. Aber ist okay. Mein, das ist, das ist Wildcard. Niemand hat was anderes erwartet. Und ich finde es völlig okay, wenn die sich Zeit nehmen. Ähm, ich finde es auch völlig okay, wenn die sich für Bullshit-Sachen Zeit nehmen, wie die letzten Patch-Sachen jetzt mit den, ähm, Reverse-Sachen. Ist okay. Nee, besser so, als dass wir das ganze Spiel für irgendwie drei Wochen kaputt machen oder so. Das haben sie ja schon gemacht in ISE. Brauch ich nie nochmal. Aber mit Extinction, ob es jetzt nun am 16. Dezember kommt, am 30. oder, ähm, Moment, das hat 31 Tage, oder? Ja, Ende Dezember oder Anfang Januar, ist ja ganz egal. Ähm, damit bekommen wir auch den dritten und letzten Teil der Bob Tall Tales Reihe. Wasteland War und mit Wasteland War kriegen wir Modible Build Battle Cars. Und das könnte richtig interessant werden. Das könnte richtig großer Bullshit werden. Das könnte aber auch sehr interessant werden. Wie das Ganze aussieht, haben wir schon von der Bob Tall Tales Reihe einen Sneak Peek bekommen. Das, ähm, denke ich mal, hier ist ein großer Teil, dass man den Vorderteil verändern kann. Farben, denke ich mal, verändern. Reifen hoffe ich auch, dass man zum Beispiel was mit Spikes oder so machen kann. Vielleicht auch mehr Reifen oder größere Reifen, die dann Weight Reduction haben oder kleinere Reifen oder so, die schneller sind. Ähm, ja, aber gerade das ganze Thema ist sehr metallisch, sehr Scrap Metal, sehr viel mit Knochen. Und, ähm, ja, wir kriegen hier schon ein ganz gutes Sneak Peek auf die ganzen Sachen, die ich optisch sehr, sehr cool finde. Gerade hier diese Scrap Metal Waffen Skins und Rüstungsskins und so. Ich bin sehr gespannt, ob wir diese Tattoo-Sachen auch als Skin kriegen, ob das ein Fixer-Skin ist, ob das einfach nur dieses, man kann sich ja in-game anmalen ist, oder ein bisschen was Besseres. Ja, wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Set mit einem sehr interessanten, ähm, ja, mit einer sehr interessanten neuen Mechanik, die hoffentlich wirklich, wirklich diesmal nützlich wird und nicht so wie dieser Roboter, der ja absoluter Bullshit ist, falls ich den richtig verstanden habe. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann haben wir noch zwei andere interessante Sachen, beziehungsweise zweieinhalb. Wir haben einmal hier Using New Territorial Ownership Structures, um anderen die Dominanz im Kampf zu zeigen. Da bin ich mir sehr gespannt drauf, was das heißen soll. Ob das einfach nur, ja, du hast halt neue Sachen, die du platzieren kannst, die vielleicht ein bisschen mehr PvP-orientiert sind diesmal, oder ob es halt wirklich was Neues Neues ist. Was auf jeden Fall aber was Neues ist, ist Trades für Waffen. Und das finde ich richtig krass. Nachdem wir ja mit der Steampunk Edition für Aberration Trades für Tiere bekommen haben, dass wir dann auch Trades für Waffen kriegen. Ich finde das actually beides eine sehr, sehr gute Edition. Hätte ich mir schon viel früher gewünscht, hatte ich tatsächlich auch mal bei RSE in dem, in einem kleineren Rahmen vorgeschlagen. Ja, bin ich mega gespannt, ob dann so eine Titanslayer Waffe wird, die gegen Titans mehr Schaden macht, oder generell schnellere Nachleutezeit. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was die da machen werden und vor allem, wie die das in die Welt integrieren werden. Denn einen Trait von einer Waffe runterziehen, auf eine andere draufpacken, kannst du ja schlecht machen. Du findest ja keine wilden Waffen, die du zähmst. Also, ja, bin ich mir sehr gespannt, wie das dann wird. Unsicher bin ich mir auf jeden Fall mit dem letzten hier, was hier bei den Tech Trades mit bei ist, Worthy Help of Your Own Goodest Pub. Ob das ein Hint ist auf die Bob Tall Tales Kreatur, oder ob das einfach so ein Ding ist, was man im Englischen sagt. Ob das irgendein Hinweis ist oder so, auf irgendwas, was wir schon kennen sollten. Wobei ich nicht wüsste, was die mit, äh, damit meinen. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Als Community Creature sag ich schon, das auch. Aber als Bob Tall Tales Kreatur irgendwie so ein Hund oder so, ähm, also irgendwas, was es wirklich gegeben hat. Oder irgendwie so ein Hüllenlöw oder sowas, fände ich actually ganz geil. Wir haben viel zu wenig Säugetiere und wenig Hund- und Katzenartige Tiere da. Deshalb finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir sowas kriegen würden. Bin ich auf jeden Fall mal extrem gespannt, was wir da kriegen werden. Und was ja schon bekannt ist, wir kriegen den ersten wirklich richtigen großen Nicht-Mod-Theropoden, nicht-Theropoden, Sauropoden, sorry. Den Dreadnotus, keine Ahnung, wie der gesprochen wird. Der uns als Titankiller zur Seite stehen soll. Der groß genug sein soll, dass man eine Artillerie auf seinen Rücken platzieren kann. Und alles von seinem Rücken einfach wegschießen kann. Was ich mega langweilig finde, weil da fahren wir schon Bronto. Also, sorry, ein Quetzal hat einen Plattformsattel, ein Bronto hat einen Plattformsattel. Und beide sind mehr als groß genug, dass du da ein paar Tech-Cannons drauf platzieren kannst. Und das Thema ist durch. Das haben wir beim Desert Titan standardmäßig schon in RSE gehabt. Also, finde ich jetzt weder irgendwie unique, noch irgendwas anderes. Ich hoffe mal, dass man da nochmal ein bisschen was Interessanteres kriegen wird als, oh ja, ist ein Plattformsattel, viel Spaß damit. Was wir auf jeden Fall haben wird, ist wohl ein Acid-Protectiles-Bit. Wo er wahrscheinlich dann die Korrosion von irgendwie Corrupted Creaturen damit angreift. Mehr Schaden macht, würde ich sagen. Irgendwie sowas in die Richtung. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Voraussichtlich am 16. Dezember. Und dann haben wir noch Live-OP-Updates, die dieses Mal etwas interessanter werden. Denn wir kriegen ein riesengroßes Update, das in der nächsten Woche rauskommen soll. Mit Trash-Fixes, mit Bug-Fixes, mit several, also verschiedenen Quality-of-Life-Improvements. Ich hoffe, da wird unter anderem zugehören, dass die blaue Zone nicht nur auf dem Boden spawns hat, sondern auch auf diesen, nicht ranken, aber auf den höher gestellten Ebenen. Weil das ist echt scheiße, dass so viel blaue Zone Wasser ist und dann alles, was da drüber gebaut ist, einfach kein Spawner hat. Auch ein paar andere Sachen sind da schon aufgefallen. Nicht nur mir, sondern auch anderen. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen nachgebessert. Jetzt, viele haben sie leider nicht reingeschrieben, nur Wasser machen. Ein paar Sachen mit Gameplay-Stabilität. Performance-Enchantments, dass die besser wird über alle Plattformen hinweg. Content-Fixes, bin ich mal gespannt. Ja, Updates, irgendwas wird da nächste Woche zu gepostet. Spätestens, wenn das Update selber kommt, wissen wir es ja. Dann die Custom-Cosmetics werden überarbeitet, damit der Zugang dazu leichter und einfacher wird. Es gibt tatsächlich mittlerweile Mods, die das Ganze einfacher machen. Und ich hoffe, die haben sich da ein Beispiel dran genommen. Und ja, ein ETA gibt es da nicht. Update, irgendwann in der nahen Zukunft. Wenn das die genauso nahe Zukunft ist wie Premium-Mods ohne Restriction, dann können wir darauf mehrere Monate warten. Aber okay. Und der AMD-Driver-Fix wird auch demnächst rauskommen. Ja, und ansonsten Bonus-Rails, Community-Corner, der Standard-Kram. Und damit sind wir bei den Dingen, die sich auf Curse-Forge so tun. Unter anderem haben wir ein paar neue Mods. Zum Beispiel Craftable Seeds. Und damit sind die Plants-Viziers-Bloop-Seeds gemeint. Also XY und Z im Moment. Wer also keinen Bock hat, ständig an so einer Lichtpflanze zu stehen, bis die mal einsam ausspuckt, der kann sich diese Mod runterladen und kann die einfach selber craften. Wer einen Perlenscanner sucht, aber keinen Bock hat, sich gleich den Notosaurus runterzuladen, kann mit dem Silica Pearl Scanner genau dasselbe machen, nämlich die weißen, die Silica Pearls, finden und damit einsammeln. Beziehungsweise, ne, damit finden, dann könnt ihr sie halt einsammeln. Der vorhin angesprochene Automatic Base Skinner macht ja ziemlich genau das. Damit habt ihr ein Tool an der Hand, was euch das Skin-Verteilen auf eure Base und auf einzelne Sachen in der Base deutlich, deutlich leichter macht. Ihr seht hier einen kleinen Vorgeschmack auf das, wie es in-game dann funktioniert. Es gibt auch ein Tutorial-Video, weil es schon nicht unbedingt immer selbsterklärend ist. Und ja, hoffentlich kommt das dann official zu Arc, aber hier haben wir es auf jeden Fall erstmal als Mod. Ein paar neue Skins von Snappin sind raus. Einmal das Niel-Skin-Pack, wo wir den Carnotaurus haben, Morellatops, den Wolf, Rex, Saber, Terrorbird und das Caprosuchus. Von drei haben wir hier auch einen Vorgeschmack. Ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz cool, actually. Der Wolf, der sieht auch interessant aus. Und wir haben einmal den Cave-Dweller-Skin, zum Beispiel die Cave-Dweller-Skins, mit dem Revenger, der Carcanos, Iguanodon, Megalosaurus, Raptor, Megalania und der Rorad. Was der Iguanodon mal macht, macht keine Ahnung. Auch hier haben wir bei drei in einen Vorgeschmack. Da sehe ich überhaupt keine Veränderung. Dann haben wir den Revenger, wo ich auch nicht wirklich eine Veränderung sehe. Das hier am Kopf ist, glaube ich, ein bisschen anders. Und das hier hinter, das sieht ganz cool aus. Und die Carcanos, die definitiv anders aussieht. Was auch wieder mit von der Partie ist, sind die Creature-Spawns. Hier entsprechend für den Wiling und für den Cosmo. Ihr könnt sehen, ne, so Island, Center, Scorched Earth, da, wo er halt normalerweise nicht spawnt, spawnt er jetzt dasselbe bei dem Wiling. Und für beide Mods braucht ihr die Craftable Plant Species Seed Mod, was absolut keinen Sinn für Cosmo macht, weil Cosmo zähmt sich eigentlich mit Chitin und nicht mit dem Plan Species Y-Dingern. Aber sie, nicht Y. Sie. Aber okay. Ähm, ja. Ne, zwei neue Mods, wenn ihr keinen Bock habt, die nur auf Aberration zu suchen. Wem der Giga und der Karch ein bisschen zu schwach sind, der kann sich die New Giant Karcher Mod runterladen. Die sorgt dafür, dass die nicht mehr genervt sind nach dem Zähmen, sondern ihre Werte behalten. Beim Giga könnt ihr auch die Gnash-Attacke weiter benutzen. Und, ähm, ja. Ja, das gilt für alle Varianten, die es von denen gibt. Also beim Giga auch für die Tech-Variante und für die Rockwell-Variante bei den beiden. Ähm, ja. Habt da ein bisschen Spaß mit. Womit ihr vielleicht auch mehr Spaß habt, ist CC Ice Better Diplodocus. Und das Coole ist, dass das ein Buff ist. Das heißt, wenn ihr die Mod runterladet oder halt wieder wegschmeißt, dann sind die Diplodocus nicht verloren. Ihr kriegt ein neues Pattern. Und ihr kriegt die Möglichkeit, mit Links-Klick eine Melee-Attacke zu machen. Was auch noch kommt, ist ein Tail-Swipe und vielleicht auch noch eine Scorched-Variante. Und, ähm, macht auf jeden Fall Bock. Ist ein wunderschönes neues Color-Pattern, wie ich finde. Und, ja, sorgt auf jeden Fall dafür, dass der nicht mehr komplett useless ist. Wer auf Aberration den Direwolf vermisst, kann sich jetzt Schokos Aberrant Direwolf runterladen. Und der ist nicht einfach nur eine Aberrant-Variante, die so ein bisschen leuchtet. Sondern der sieht, ihr seht es einmal ein bisschen anders aus. Der ist auch deutlich größer. Spontan in der grünen Zone. Ist resistent gegen Radioaktivität und Fallschaden. Und hat entsprechend auch Highest, also größere Stats. Die Schokos Direwolf-Armor-Mod ist damit kompatibel. Das heißt, wenn ihr die mitbenutzen wollt, ist das gar kein Problem. Wenn ihr eher auf Anfänger-Mounts steht, dann ist so Neo-Arc-Sendent. Stitchy-Moloch vielleicht was für euch. Itsai Nagi hat da schon den Styracosaurus rausgebracht. Und jetzt kommt das Äquivalent der Stitchy-Moloch ganz frisch von gestern raus. Und der ist ein Early-Game-Ur-Tarvester. Mit Level 9 könnt ihr den bereits reiten, also den Sattel leeren und dann reiten. Ist ein Classic-Tame und ist auf jeden Fall ziemlich nice, so früh im Early-Game schon Verfügbarkeit auf Holz zu haben, ohne irgendwie eine Axt. Wer eher was Neues haben will, der ist bei Blazing's Nox Cavalos Soros richtig. Die Mod gab es schon in ASA, die wurde jetzt rüberportiert von Shuttloss nach ASA. Ist ein ganz normaler Trank-Tame. Findet den Dschungel in Redwood Badlands und als Aberrant-Variante auch im grünen Gebiet auf Aberration wieder. Der kann eine Reihe cooler Sachen. Zum Beispiel, dass der in der Nacht einen Buff kriegt, der ihn stärker und schneller macht. Aber wo er auch praktisch unzählbar ist, weil er pro Sekunde sehr viel Torpor verliert. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist ein bisschen stärker als der Raptor, würde ich sagen. Und ist halt einfach mal was anderes. Wer auch mal andere Futtertrüge sehen will, der hat jetzt mit Clinger Skins Cosmetics Special Feed-in-Troffs die Möglichkeit, sich die in ganz vielen verschiedenen Ausführungen hinzustellen. Es gibt die einmal in normaler Variante, also in der Holz-Variante, es gibt die einmal in der Tech-Variante und einmal in so einer gekühlten Variante mit Gemüse, mit Fisch, mit Fleisch und, ja, ich glaube, das war es schon. Und, also in diesen drei Geschmacksrichtungen könnt ihr euch dann eure Feeding-Troffs einfach ins Cosmetics-Skin draufziehen. Wer Besitzer von Bob Tall Tales ist, kann sich jetzt von Shinigati den Improved Genes Scanner runterladen. Der ist, ja, eine Verbesserung von dem Genes Scanner. Ihr könnt da zum Beispiel auch für die Erwachsenen Tiere die Gene transferieren. Der Storage ist deutlich größer und stärker. Ihr habt die Möglichkeit, über mehrere Indie-Einstellungen die Sachen zu verändern, wie ihr gerade lustig seid. Und, ja, ihr könnt die Sachen auch auf jeden Dino draufziehen und nicht nur innerhalb einer Art. Und ebenfalls von Shinigati habt ihr noch die Möglichkeit, euch Reaper Mutation Lab runterzuladen, was basically euch mit verschiedenen Sachen hilft, Mutationen auf eure Reaper zu kriegen. Entweder auf das Baby, was diese Mutation mitbringt, oder halt auf Babys, die zukünftig noch kommen. Denn wilde Baby Reaper haben eine 5%ige Chance, so ein Special Item von dieser Mod zu droppen, womit ihr das dann machen könnt. Und wir gucken uns einmal kurz an, welche Mods alle so ein größeres Update bekommen haben. Und weil das komplett in den Rahmen sprengen würde, wenn wir jetzt jede Mod, die ein Aberration Update bekommen hat, dazu ziehen würden, sage ich einmal vorher, alle größeren Creature Mods haben bisher ihr Aberration Update bekommen, sodass sie entweder eine eigene Aberrant Variante haben, oder zumindest ihre Existing Varianten dann auf Aberration spawnen lassen. Darüber hinaus haben wir ein paar Mods, die noch ein bisschen mehr als einfach nur ein neues Update bekommen haben. Unter anderem zum Beispiel Kami's Dragons Kingdom, was nun sein Animation TLC bekommen hat. Alle anderen Mods, also erstmal, der Drache hat ein eigenes Rig bekommen, benutzt nicht mehr das als Viwans. Und alle Animationen haben nochmal ein Overhaul bekommen. Das heißt, nicht nur zum Beispiel Idle Animationen, sondern auch die Angriffe haben eine neue Möglichkeit bekommen. Es gibt zum Beispiel neben einem Biss jetzt auch die Möglichkeit, wenn ihr zur Seite guckt, Directional Angriffe, dass ihr entweder Wingflap macht oder so einen Flügel schlagen, oder wenn ihr nach hinten guckt, schlagt ihr damit einen Schwanz. So habt ihr 360 Grad auch die Möglichkeit, euch zu wehren. Und da sind noch ein paar andere feine Gimmicks drin, die Kami da reingepackt hat in das Update. Genauso wie jetzt gestern ein Update rauskam, dass wilde Drachen auch ab und zu mal schlafen. Denn das ist für das Taming Update essentiell, denn dann ist nicht mehr einfach nur Trank Tame, sondern dann müsst ihr hinterher Schafe an diese Drachen verfüttern, während sie schlafen. No Untameables hat ebenfalls ein größeres Update bekommen, nämlich das Aberration Update. Und mit diesem Update ist erstmal noch nicht viel dazu gekommen, denn das Aberration Aberration Update mit Nameless und den anderen Viechern, das kommt noch. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal die Möglichkeit, die Light Bugs zu zähmen und uns die in die Base zu stellen, dass die uns schön Licht spenden. Es gibt die Quallen und die Meganeuras, die jetzt da als Aberrant-Variante spawnen. Meganeuras spawnen ja normalerweise gar nicht auf Aberration, also hat man die Scan-Möglichkeit der Meganeura nun endlich wieder. Wir haben die Aberrant-Armoniten und Euphoryten und auch die Taito Myra und genauso auch Öl- und Wasser-Jug Bugs. Und das ist eigentlich eine ziemlich nice Edition. Dazu werden auch noch Element-Jug Bugs kommen, die dann specially für Aberration stehen. Wir haben die Möglichkeit, die Taito Myras auch fliegen zu lassen. Das ist aber bei Default für die Inni deaktiviert, weil ja normalerweise keine Flieger und so. Die ganzen Viecher von No Untameables sind gegen Radioaktivität immun. Die könnt ihr auch alle mit dem Kryopod raus- und reinpacken, wie ihr lustig seid. Und noch ein paar kleine andere Sachen, die jetzt nichts großartig mit Aberration zu tun haben. Snap-Ins Bombardier-Beatle-Mod hat ebenfalls einen Update bekommen und ein neuer Käfer hinzugefügt. Optisch ziemlich genau dasselbe wie die beiden anderen. Kann auch so ziemlich genau dasselbe wie die beiden anderen. Ist sehr nah an den Blaze-Beatle dran mit seinem Angriff. Und der macht euch eine organische Version der Gas-Balls. Und natürlich kann der auch auf Aberration ganz normal fliegen. Pyrus Critters Jumping Spider hat ebenfalls ein Aberration-Update. Und da ist nicht nur einfach eine Jumping Spider für Aberration hinzugekommen. Es gibt leider noch keine Bilder. Sondern die Jumping Spider ist größer. Sie hat größere Augen und sieht sie in so einem kleinen Titelbild. Und die kann auch ein bisschen was anderes. Die hat zum Beispiel die Möglichkeit, so einen Licht-Tanz zu machen. Was anders ist als die normale Spider. Und ihr braucht jetzt ein Light-Pad, um das Weibchen zu zähmen. Das Männchen dann ganz normal wieder, wie gehabt mit dem Pheromon. Die Ascended Beta Dinos Mod hat vier neue Dinos dazu bekommen. Einmal die Achatina, die hier mit den Bären jetzt gefüttert werden kann. Der Ankylo, der jetzt ein bisschen Rate Reduction auf Obsidian-Kristall kriegt. Und auch ein bisschen Reflection Damage macht. Wir haben den Diodikouros dabei. Moment, wo ist er? Hier Diodikouros, der eine neue Biss-Attacke hat, die auf Bären erntet. Und eine Weight Reduction auf Sand. Und wir haben den Spino dabei. Moment, wo ist er hier? Spino. Der kein Oxygen-Stat mehr hat. Der jetzt auch auf der Y-Rotate-Achse rotieren kann. Der jetzt nicht mehr nach oben schwimmt, sobald er irgendwie absteigt, wenn er unter Wasser ist. Weil er hat jetzt kein Oxygen mehr. Und ein bisschen schneller kann er auch schwimmen. Beta Creatures hatte ebenfalls ein Update. Hauptsächlich gehen es da um Bug-Fixes, ein paar Adjustments. Aber das größere Neue ist, dass Rock Drakes jetzt Radioaktivitätsschaden machen. Das heißt, alles, was nicht gegen Radioaktivität immun ist, hat dann denselben Effekt und denselben Schaden, wie wenn er in die radioaktive Zone ohne Hazard Suit geht. Oceania hatte ebenfalls ein größeres Update. Und da werde ich mal auch kurz die Patch Notes öffnen. Es gab sehr, 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 sehr viel. Die ganzen Jobs haben jetzt auch die Sättel hinzugefügt bekommen von den Viechern. Ihr könnt die Korallenstrukturen an den grünen Jobs finden. Die Viecher haben ein paar Adjustments bekommen. Und vor allen Dingen hat die Riesenkrabbe sehr viel Treat, Love, Care bekommen. Die hat, ja, diverse Sounds, diverse Animationen neu bekommen. Es wurde sehr viel adjusted. Und, ja, die wirkt jetzt nicht mehr ganz so leer, sondern dadurch, dass sie jetzt so viele Sounds und Animationen bekommen hat, ist sie auch endlich irgendwie wirklich ingame. Und macht jetzt auch echt richtig Bock. Die Animationen sind sehr toll, die Sounds sehr passend. Und da hat man auf jeden Fall für das, was Oceania an qualitativen Content bietet, sehr, sehr cool. Ja, ein sehr, sehr cooles neues Unterwasserviech. Zytara hat eine Tech-Collection und da gab es jetzt vor ein paar Tagen ein Update, was uns eine Tech-Version vom Revenger, vom Thorny Dragon, vom Shinehorn, vom Rockdrag und von der Reaper-Queen gebracht hat. Bei Preistalk Beasts ist im Moment das Aberration-Update raus, was alle Preistalk Beasts-Viecher, die für ASA Aberration geplant waren, auch nach Aberration gebracht hat. Es braucht noch ein bisschen Adjustments hier und da, was das Glow angeht, denn da hat Wildcard ja das ganze System komplett überarbeitet. Und es ist jetzt nicht ganz so einfach wie vorher mit dem Glow. Deshalb brauchen da einige, nicht nur bei Preistalk Beasts, einige Viecher ein bisschen Treat Love Care, dass das jetzt auch wieder gut aussieht. Schadloss ist im Moment sehr fleißig, auch wenn wir vom Fleiß, zumindest auf Curseforge, noch nicht viel sehen. Wir kriegen, ich nenne es mal demnächst, einen Ikran, eine Ikran-Mod und der sieht schon mal sehr cool aus, ist wohl auch von Path of Titans, also von dem Modder, der das dann nach Path of Titans gebracht hat, der das jetzt auch nach ASA bringen möchte, beziehungsweise über Schadloss dann halt bringen möchte. Wir haben aber nicht nur das, es gibt Aberrant-Varianten für die Schadloss-Kritte-Reworks-Mod, die nur da drin existieren. Einmal hier den Alu, der echt super cool aussieht. Wir haben dann noch das Megalania, Megatherium. Sieht an sich cool aus, finde ich aber irgendwie ein bisschen fehl am Platz, dass das so totemisch aussieht. Und wir haben einmal den Thorny Dragon, der ebenfalls ein sehr, sehr cooles Aberrant-Muster bekommen hat. Des Weiteren hat auch Wildark ein Update bekommen. Und auch da gibt es Aberrant-Varianten. Einmal vom Kaikai-Philu, vom Dinozeros, Suchomimus, Xuan-Horanosaurus und vom Phasolasuchus. Hier haben wir einmal den Kaikai, wir haben hier den Phasolasuchus, wir haben den Dinozeros, der immer noch irgendwie weird aussieht mit seinen komischen Pickeln an der Seite. Wir haben einmal den Suchomimus und wir haben den Xuan, der im Vergleich zu den anderen ein bisschen zu wenig, finde ich, glüht. Aber auch hier wieder sehr, sehr gute Arbeit, wunderhübsch gemacht, die Aberrant-Glows und sind auch schon ingame. Auch die Endemics-Mod hat zwei Aberrant-Varianten bekommen. Einmal den Pakasurus und einmal den Dryosaurus. Auch hier sind beide schon ingame und auch hier sehen beide echt cool aus. Schatz-Import kriegt unter anderem den Razortooth. Auch hier richtig coole Aberrant-Variante, sehr, sehr cool gemacht. Ich finde, den könnt ihr immer noch glühende Augen haben, ich weiß nicht warum. Noch nicht raus, aber sehr bald erscheinen wird dann auch noch für Endemics der Platyoposaurus und der Ichthyostega, auch hier dann entsprechend die eigenen Aberrant-Varianten. Ich finde, die könnten hier noch glühen, die Streifen, aber ansonsten auch hier sehr, sehr cooles Pattern. Und er, finde ich, sieht richtig krass aus. Wenn man jetzt halt den normalen Skin sieht, dann passt das. Wenn man nur das sieht, ist es ein bisschen augenkrebsig, finde ich. Und wer Pyria mochte? Auch Pyria kommt nach Survival Ascendant als Mythos Ascendant. Und der Roaster vom Pyria ist ungefähr 90% reduziert, weil sehr viele der Assets, sehr viele der Kreaturen einfach schon in ASE-Scheiße aussahen. Und das qualitativ einfach nicht mehr das ist, was Schadlos haben will. Vielleicht kommt irgendwann was hinzu. Im Moment hat er auf jeden Fall den Orthros gezeigt. Hat auch schon dabei geschrieben, was der alles kann. Ich mache mal ein bisschen langsamer für den, der sich das durchlesen will. Und einmal weiter. Und einmal weiter. Und einmal weiter. So. Könnt ihr auch Pause machen. Wir sehen ja auch ein Video. Ich mache das jetzt mal nicht in groß. Ich finde auch, der sieht qualitativ halt echt scheiße aus. Die bräuchten alle so ein krasses Facelift, was Animationen und Model angeht. Aber ich fand den in ASE echt ganz cool dafür, dass Pyria halt sehr qualitativ unterschiedlich war. Und vielleicht kriegen wir irgendwann auch mal neuen, verbesserten Content. Und Schadlos arbeitet an irgendwas mit den, ich glaube, die sind aus Atlas, die Hühnchen. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Aber sie werden auch entscheidend so groß, dass man sie reiten kann. Wir dürfen gespannt sein. Pyria arbeitet weiter an einem HZ-CopterX-TLC. Und ich hatte echt so gehofft, dass es rauskommt, bis ich die ARG-Richten mache. Aber leider noch nicht. Sie ist aber relativ kurz davor, fertig zu sein, tatsächlich. Deshalb denke ich mal, zum Ende nächster Woche wird es vielleicht soweit sein. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Wir werden sehen. Und sie arbeitet auch weiter an der Mishoptera. Ich glaube, Mishoptera heißt das Viech. Nein, so groß wird es nicht im Ingame dann sein. Aber ja, sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Richtig cooles Model. Ich bin so gespannt, wie es dann ingame sein wird. Ich hoffe, es wird nicht zu klein sein, auch wenn es halt ein Insekt ist. Weil irgendwann hat man einfach nichts mehr von den Models, wenn es zu klein wird. Da Kami mit ihrer Dragons Kingdom Animation Overhaul Arbeit ja jetzt fertig ist, hat sie auch wieder Zeit für andere Sachen. Zum Beispiel für Mystic Menageries, wo sie irgendwas mit den Krabben macht. Und die Krabben können anscheinend, das ist richtig, richtig cool, als Leuchtpads agieren. Und die können auch nicht nur das, sondern die können auch verschiedene Tänze. Ich finde es geil, dass sie das hier an dem Player, also das ist der Player Character praktisch, die ist auf der Schulter. Das ist richtig cool. Auch vor allen Dingen, dass die verschiedene Tänze können, beziehungsweise das ist jetzt ein Update von dem hier. Aber weird, einfach weird. Hier steht auch nochmal, was die Krabbe unter anderem alles kann, wie man so zähmt und so. Ja, ich werde es aber noch nicht durchlesen, ich warte da immer gerne. Ich bin sehr gespannt, was die da können. Das ist so cool mit dem Tanzen, das ist einfach so dumm und cool. Ja, und drei verschiedene Krabbenarten, drei verschiedene Tänze. Wir haben die Krabbe hier, die so wuii macht. Wir haben die hier, die den Krab Rave macht, oder? Ja, die, die den Krab Rave macht. Und wir haben, nee, das ist die Krab Rave, oder? Auf jeden Fall drei verschiedene Tänze. Finde ich sehr, sehr cool. Auch der Bullwag kriegt nochmal ein paar neue Animationen. Zum Beispiel hier seine Standard-Bice-Attacke, wo man sich jetzt nun auch drehen kann. Und das finde ich echt cool. Ich wünschte, mehrere Viecher hätten diese Möglichkeit. Weil, dass man sehr schnell in die Enge getrieben wird, gerade auch von kleinen Dinos, weil die irgendwie unter einem durchrennen. Mega nervig. Mega unnötig, mega nervig. Und der Bullwag kriegt auch noch, ähm, die Taming-Mechanik ist ja klar, dass man den mit den Katapult-Dingen da, äh, bohlen muss. Und dann kann man sehen, dass Dragonheart nun selber Texturen macht. Und qualitativ ist das wirklich ein Abfall ins totale, äh, Bullshit-Orama. Ich finde die, also, no offense, es ist sehr schwierig, Texturen zu machen, die auch wirklich realistisch und gut aussehen. Und ich bin ehrlich, ich kann's nicht. Ich krieg das, was Dragonheart da macht, nicht hin. Ich hab mich aber auch ehrlich gesagt nie wirklich damit beschäftigt. Ähm, aber es ist qualitativ einfach scheiße. Es ist okay, wenn man ein Anfänger ist, aber für das, was die Mod bisher hat, finde ich, hätte Dragonheart einfach für sich weiter üben können und hätte das Ganze weiter Big L überlassen können. Hm, beim Bald-Block sieht man's hier sehr krass. Das ist einfach, als hätte ich mit Paint drüber gemalt. Und hier sieht's ganz cool aus, hier mit den Finnen oben. Aber das hier sieht einfach aus, als hätt's mit Paint drüber gemalt. Als hätt's hier einen Dino in-game angemalt. Und auch da, hier bei dem, äh, Revenger sieht man's ganz extrem. Auch der sieht so aus, der Nameless ist komplett Bullshit. Also der, finde ich, ist am schlechtesten gemacht von allen. Das sieht halt aus, als hätte ein Kind versucht, einen Totenkopf zu zeichnen, also so einen Sklett zu zeichnen. Ähm, ich find die Idee dahinter cool. Ich find auch die Idee von dem Color-Pattern vom Revenger auch vom Seeker sehr, sehr cool. Das ist halt die Ausführung. Die Ausführung ist einfach nur ein kleines Kind da mit einem Pinsel rumgemalt. Und das find ich echt schade, weil das macht Archaeology für Aberration für mich zumindestens komplett kaputt. Ich hab's zweimal draufgepackt und hab dann gesagt, ey, es ist, sorry, die Aberrant-Varianten, also das Glühen, die Verteilung, die komplett, ähm, aus dem Ruder gelaufen ist für Dragonheart, die eigentlich 25, 75 sein sollte, oder, äh, hinterher so 50, 50, ist einfach bei 75, 25 für die Archaeologies. Also man hat fast nur noch Archaeology-Varianten. Das ist ein massiver Oversporn von Spinos und Basilisken. Noch mehr als sowieso schon. Ähm, ja. Scheinhorn, auch hier sieht man's ganz gut. Hier ist es ein bisschen weniger schlimm wegen der Feldtexturen, aber auch hier, es ist einfach, man hat mit einem Pinsel mal drüber gemalt. Der Reaper ist zum Kotzen, find ich. Der sieht richtig, richtig hässlich aus. Also generell, ich find das generell kein schönes Farbpattern. Aber, ich weiß nicht, der hat so viele coole Markings, die man hätte mitnehmen können. Und nee, man kotzt einfach mit Weiß und Lila drauf und mal ein paar Striche rein. Das find ich, find ich echt schade. Scheinhorn und auch die Krabbe, wenn die ein bisschen besser gemacht wäre, find ich ganz cool. Ähm, Glowtail find ich eigentlich auch ganz cool gemacht, aber auch hier, wie gesagt, ähm, der Übergang zu den ganzen Sachen, da ist es okay, es ist halt die Vorstufe. Äh, da ist das Moment, das ist einfach nur die Alpha-Varianten, so. Dann haben wir, da geh ich gleich drauf ein, da geh ich auch gleich drauf ein, haben wir hier den, ähm, den Featherlight, die find ich ganz cool. Hier ist auch der Übergang sehr gut gelungen. Hier ist es wieder drauf gekotzt. Hier sind, warum sind da Herzen drauf? Also, muss ich echt sagen, ich bin sehr enttäuscht von dem Archeology Aberration Update. Hier sieht's auch aus, hätte man einfach mit dem Paint-Kreis dreimal drauf gedrückt, eins, zwei, drei, und hätte dann hier diese, ähm, ja, diese Einwuchtung gemacht. Ich find's wirklich sehr schade. Ich hab Archeology so geliebt und es ist einfach so kaputt gemacht mit dem Aberration Update. Ähm, hier sieht man's auch noch mal mit dem Reaper. Ja, ne? Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr da drüber denkt. Wir gehen gleich auf die anderen Sachen auch ein. Was sind das In-Game-Ding? In-Game sehen die ein bisschen besser aus mit dem Light-Dings, aber... Sorry, das sieht aus, als hätt's Mars an. Das ist einfach... Ja, geht so. Rockwreck ist okay, aber auch nur, weil's leuchtet. Ähm, Nameless sieht einfach komplett... Er sieht aus wie ausgekotzt. Er sieht aus wie ein kleines Kind, was einfach auf ein Bild gekotzt hätte. Ähm, ja, auch hier, warum hat der ein fucking Herz auf dem Kopf? Warum? Wer macht so was? Wo ist er denn da? Das passt doch optisch gar nicht. Also, ja, ne? Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zum Aberration Update von Archeology dalassen. Ich bin, wie gesagt, extrem enttäuscht. Das ist qualitativ einfach so, so, so schlecht gemacht. Ähm, und Archeology für Aberration einfach nicht mehr brauchbar. Aber Archeology ist ja nicht nur Aberration, auch wenn wahrscheinlich zukünftige Viecher genauso scheiße aussehen werden, bis Dragonheart sich mehr eingecroovt hat. Archeology ist auch unter anderem der Desolate Titan. Und der kriegt jetzt Fell. Und wir haben ja noch ein paar ältere Bilder. Moment. Also, ein paar ältere, bessere Bilder. Moment. Wo ist er denn? Da. Da ist er schon mal im Kit, ohne das Fell. Finde ich optisch auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ist aber halt auch Tristan. Ich frag mich, ob Dragonheart da die Skins selber gemalt hat. Weil da sieht es echt gut aus. Deshalb glaube ich nicht, dass Dragonheart das selber war. Hier sieht man wieder fließende Übergänge, verschiedene Farben. Auch hier die Übergänge von den ganzen Gepinsel hier. Finde ich optisch auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ich freu mich, wenn er dann rauskommt, auch wenn er tatsächlich nicht so besonders ist mit seinen Angriffen und so, wie ich anfangs hoffte und wie es anfangs suggeriert wurde. Ansonsten haben wir nochmal Sneak Peaks von zwei weiteren Bossen. Einmal sieht ein bisschen aus wie hier so ein Titan. Einmal eine Art Triceratops und einmal eine Art Spino. Bin ich sehr gespannt. Sieht sehr, sehr cool aus auf jeden Fall. Und ja, warten wir mal ab, was das dann gibt. Von Paleoark gibt es auch ein bisschen was Neues. Einmal der Mosasaurus, der irgendwann im Oktober rauskommen soll. Gut, was ist das jetzt? Das vierte Release Date oder so? Warten wir mal ab. Und der wird auch, zumindest wenn er gezähmt ist, als Idle Animation oder irgendwie sowas, ab und zu mal aus dem Wasser gucken und vielleicht mal brüllen oder gähnen oder so. Das machen aber soweit im Moment nur Gezähmte. Und aus dem Donator Chat kann ich euch schon mal sagen, da ist auch gerade das Private Testing am Laufen für den Moser. Also zumindest geht es jetzt mal in eine leere Phase. Dann bin ich mir nicht sicher, ob das ein Joke ist oder ob wir actually ein Evo Giga Halloween Bananen Skin bekommen. Wir sagen einfach mal nichts dazu. Was aber kommt, sind Cryptoclidos und Obelisk Squid. Am Montag soll es rauskommen. Bleiben wir mal gespannt. Mal gucken. Und ja, irgendwas mit dem 21. September. Keine Ahnung, bin ich nicht rein. So lange folge ich Paleoark nicht. Und bei Tristan ist auch was sehr Interessantes los. Heute frisch dazu gekommen, der Sneak Peek hier. Und man sieht leider nicht, wo es hier weiter geht, hier oben. Aber wir sehen große Hauer. Also sehr große Hauer hier oben. Große Hauer hier unten. Ähm, das könnte ein Gorgonopsid sein. Könnte vielleicht auch noch ohne Fell, aber ein Sabertooth sein. Eine Art. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, 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 dass es nicht irgendein Theropode ist, der aus irgendwelchen Gründen lange Zähne hat. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ein Gorgonopsid oder irgendwie sowas aus der Richtung. Ich hoffe, es wird eine Free Mod und ja, wir werden abwarten müssen. Wo wir aber nicht mehr abwarten müssen, ist ein bisschen mehr zu dem Megalosaurus und zu dem Kano-TLC, genauso wie das Eoka-Cheria-TLC, Kanoos kriegen fünf verschiedene Hornvarianten. Eine davon ist die hier, die sich mehr am normalen Kano orientiert. Geh mal kurz ein bisschen näher ran, so. Und das Model finde ich auch sehr, sehr cool. Optisch schön. Ich finde, die Vorderarme könnten ein bisschen tatsächlich Vanilla sein. Die sehen sehr, ich zieh mal kurz einen Plastikarm raus aus. Ansonsten finde ich das Model sehr cool gemacht. Aber sind wir mal ehrlich, das Kano-Model von Base-Arc zu übertreffen, ist jetzt halt euch nicht schwer. Den Megalosaurus hingegen finde ich tatsächlich, dass die Base-Variante hübscher. Der ist viel mehr unique mit seinem Kopf als er hier. Er sieht irgendwie aus wie irgendein Store-Asset. Als hätte man sich für 20 Euro irgendwo ein Store-Asset gekauft. Aber man sieht auch, der ist noch nicht so fein detailliert wie der Kano hier mit seinen ganzen Sachen. Und ich denke mal, der ist noch ziemlich work in progress. Was auch work in progress ist, ist das Eokard Charrier TLC. Und man sieht Tristan einfach raus, dass es Tristan ist, finde ich. Man sieht es beim Desolite Titan raus, man sieht es hier beim Eokard. Alles, was er wirklich selber modelliert, ist irgendwie davor, jetzt sieht es aus, wie wirklich das Bein ist von vorne, sieht irgendwie aus wie von ihm. Das könnte jetzt positiv oder negativ sein. Ich finde es ein bisschen langweilig, dass die alle irgendwie aussehen, als hätte der dasselbe Grundgerüst benutzt und hätte dann nur ein bisschen variiert. Aber qualitativ sind die halt trotzdem sehr, sehr geil. Und ich bin sehr gespannt, wie das Eokard Charrier TLC dann fertig aussehen wird. Auch neue Abilities sind übrigens da in Planung, denn es gibt einen eigenen Channel dafür. Und ich habe euch ja zwischendurch ein bisschen was von dem einen Elefanten gezeigt, den ein Modder macht, der aber anscheinend keinen Discord hat. Zumindest finde ich dann irgendwas zu. Und der ist jetzt schon im Kit und ich finde den optisch echt, also ich finde den optisch eigentlich echt cool. Muss ich echt sagen, ich finde den super cool. Die Steine und auch die Spikes am Kopf sehen ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber ich finde den optisch total cool. Ich finde es auch sehr cool, dass der anscheinend absolutes Endgame-Mount ist, größer als ein fucking Giga ist. Qualitativ richtig hochwertig. Ich bin sehr gespannt, was er kann. Man sieht ja auch die Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen, ich glaube das hier ist ein Männchen mit den zerborstenen Dingern und das hier mit den einseitig langen da ist ein Weibchen. Ich bin sehr gespannt, was er in Game kann, wie er aussieht, dann in Game am Ende der Sattel und natürlich auch ist es free oder ist es premium. Das muss man sich ja leider immer wieder fragen. Nick hat ein bisschen was Neues zum Mutabora gepostet, nämlich ein paar Videos von irgendwelchen Schreien und irgendwelchen Rufen, die ich sehr cool finde. Also er ist anscheinend sehr supportive und sehr needy. Sehr, sehr cool. Also er hat schon geschrieben, die Bice-Animationen und so hat er noch nicht. Also die Standard-Angriffe sind das nicht. Bin sehr gespannt. Ich finde die, also das Fell, beziehungsweise die Federn, Entschuldigung, Federn, finde ich sehr cool, auch dass die Physik haben. Ähm, ja. Das ist auch richtig cool mit dem hier oben, dass sich das so bewegt. Sieht auf jeden Fall geil aus. Auch hier der Schrei, der sieht richtig cool aus. Ist das der Schrei? Ich glaube, das ist nicht der Schrei, den ich meine. Ist geil, wie er einfach hier einen auf Dodo macht mit seinem Flügelchen. Das war der Schrei, den ich meine, oder? Das ist der Schrei, den ich meine? Gucken. Ja, das ist der Schrei, oder? Ja. Richtig krass, voll der Gigaschrei. Und auch, dass sich das Ding vorne aufbläht, richtig cool. Ich bin sehr gespannt, was der in-game kann, was er macht. Ist auf jeden Fall mega unik. Der fällt auf optisch. Und egal, was er kann, ich finde ihn optisch richtig, richtig cool und richtig gelungen. Moro hat vor einiger Zeit mal gefragt, Leute, habt ihr eigentlich Bock, dass ich ähnlich wie Garuga ein Sponsible Creatures Ding mache? Denn es wird ihm sehr viel vorgeschlagen und so viel kann er nicht machen. Und er macht jetzt acht Sponsible Creatures, zwei Herbivoren, das ist in dem Fall abgestimmt wurden, Pentaceratops und Ehrlichosaurus. Zwei Carnivoren, da läuft das Ganze gerade, da gehen wir auch gleich mal kurz rein und gucken uns das an. Bei Flieger? Ich weiß es nicht. Also zwei andere Votes stehen noch zur Auswahl, mit jeweils zwei. Anscheinend ist der Goal für eine Kreatur über 6.500 Dollar, was ich sehr, sehr, sehr hoch finde. Each of these creatures need around, hier steht es nochmal, und ich finde, 500 Dollar pro Creature hätten es auch getan. 6.500 Dollar pro Creature finde ich schon, darf man unverschämt sagen, bei sowas finde ich schon unverschämten Preis. Da ist jetzt mal achtgerechnet, wisst ihr genau, wie viel der nebenbei mal eben so mit seinem Hobby verdient. Aber das sind Dinger, die werden nicht morgen und auch nicht übermorgen gesponsert sein, sondern das wird sein, wie bei Garuga auch, dass sich das über Monate und vielleicht sogar Jahre hinwegzieht, weil die Community halt nicht mal eben so viel Geld hat, um achtmal so viel Geld rauszuhauen. Und hier ist der aktuelle Carnivore-Vote. Den Link zum Discord findet ihr in meiner Videobeschreibung und ihr könnt, wenn das Video hier rauskommt, auch noch teilnehmen. Es gibt mehrere Runden und immer weniger Viecher werden es dann bis zum Ende einer beziehungsweise in dem Fall zwei übrig bleiben. Zur Auswahl stehen der Torvosaurus, finde ich langweilig, der Anteosaurus, ja, finde ich cool, optisch wie sonst was. Wir haben die E-E-E-Ich-Rundchen-Babababa, keine Ahnung, Mantis-Schrimp, holt mich nicht ab, ehrlich gesagt. Wir haben ein Chamäleon, ein Riesen-Chamäleon, mal gucken, was es sonst noch so gibt. Wir haben den Megiosterium-Ocalibaba, Bone-Trusher-Yaw, Mammels bin ich immer zu haben. Den Hypnotik-Raptor finde ich auch cool, wenn der so aussieht, finde ich den echt cool. Ausnahsweise mal für den Raptor. Stomatosurus, nee, danke, Siaz, haben tatsächlich schon zwei auf ihrer Liste, ihn hier auch. Das ist, glaube ich, das Viech, was Xypia macht. Wir haben den Eriops, nein, danke. Wir haben mehrere Arachne, nein, danke. Cave Bear, basically, ist der Diabear doch ein Cave Bear, oder? Oder ist das nicht? Auf jeden Fall, weiß ich nicht, holt mich nicht ab. Wir haben den Nostranssevia, da haben wir mittlerweile drei verschiedene Mods, die das ingame reinbringen. Das sind schon drei, keine Ahnung. Den Schillanteisaurus, nee, dann kann ich noch einen Sauropode, Uttaraptor brauchen wir auch nicht. Atricoraptor, sieht mir auch zu ähnlich aus. Wir hätten nochmal einen Affen, den würde ich mir nehmen, als Carnivore, interessant. Wir hätten hier den Achrotodir... der Arctognathus, nein. Riesenskorpion, nein. Was auch immer das sein soll, nein. Megalyctis wäre da Honigtax, den der Dingskarte als Premium-Mod raushaut. Ariostion, wow, okay. Kann man machen. Smogshiyin, ist das ein echtes Viech? Smogshiyin, echt? Ist das ein echtes Viech? ja 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 nein danke den finde ich ganz cool noch mal in nostranzevia leute das von cw mit ob wir das sind zwei verschiedene ok es sind zwei verschiedene anscheinend alles klar ja alleine wird es ein hund ist beste hund geil so lustig weiß nicht ist eigentlich echt cool aber nein den quenzo kriegen wir schon von der die auch die abend den den wie heißt er noch mal platte aus macht und die macht qualitativ was was gut genug ist domiosaurus der weiß ich nicht mit zu dings ja türkul und minus dann kann ich den ich brauche ich nicht mehr machen raja saures finde ich okay ganz ehrlich ich finde man kann schon bei arg bleiben muss jetzt nicht irgendwie das finde ich auch okay main ok sorry aber man wohl finde ich echt cool das holt mich gar nicht ab mapo saures brauchen wir auch nicht und ja das sind die wofür ich abstimmen auf jeden fall säugetiere ich bin ein sehr sehr großer freund von säugetieren gerade weil wir auch wenig in arg dabei haben wie gesagt ihr könnt auch abstimmen ihr könnt für so viele abstimmen wie ihr bock habt denkt aber dran ihr brauchten wirklich nicht nur für einen abstimmen weil im moment zählen auch noch viele votes dazu hinterher wird es dann ein bisschen kniffliger wenn man für mehrere abstimmt aber wortet gerne für das was ihr da gehen und gerne sehen wollt von der visual structures mod kriegen wir natürlich auch ein aberration update zum beispiel hier für die drei gems die wir ingame haben oder für nameless venom also auch da wird fleißig gearbeitet und damit sind wir finally durch mit den arg richten für diese woche dauert heute ein bisschen länger wir mussten als zwei wochen nachholen oder das tatsächlich ein bisschen was passiert aber ja lasst mir gerne einen kommentar da lasst mir sehr gerne daumen nach oben damit ihr bis hierhin zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten woche auch dann nur noch mit einer woche ciao